Philipp, swappen! Philipp, swappen! Mit'n... Voila! Welcher Skin drinne? Oh, ist ja gut. Welchen Skin soll ich reinmachen? Welchen Morgana-Skin wollt ihr haben? Ghost Pride, Ghost Pride. Ghost Pride? Welchen Kate-Skin? Du brauchst jeden Skillshot, hab ich gehört. Okay, ich kann ihn mal aussuchen. Ja, da sieht man den W-Indicator leider, aber... Ich find, trotzdem ja, hab er recht. Die Skillshot sieht man bei ihm ganz kaum. Also das Kuh, meine ich. Oh, der hat es diesen 2-Triple-Bronze. Von Nord. Also, das ist jetzt ähm... 5 Tiere gegen 13 geil. Ach, verlibert es genau. Philipp, lässt du gerade 2 Audios über verschiedene... Wie macht man das? Das wollte der Max auch wissen. Der Max? Das machen wir nach dem Game, okay, Philipp? Oder machen wir morgen, oder was weiß ich. Mal weiter für den Geräte-Einstellung? Ah, okay. Dann hier, und dann kann man... Muss ich halt noch ein Windows-Media-Player machen. Blackst du da nicht? Wenn du... Also, ich mein, FPS-dropst du nicht? Mach mal alles zu, bitte. Damit du in der FPS-dropst. Ich weiß es doch nicht. 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 Aber ich hasse Riot immer noch, nachher dass wir die Stimme hier endet haben. Ich weiß es ja. Ich weiß es ja. Du musst halt die Voice-Files ersetzen, aber ich denk mal das musst du erst auf jeden Patch machen. Ich bin so gut wie da, Leute. Mom, hast du keine Musik mehr? Ja, warum? Mö ist es Müll. Mö ist es egal, ja. Max, bist du klar? Okay. Nice. Du musst schnell cool leveln. Ich hab jetzt auch meinen Ege levelt. Ich hab jetzt auch cool gelevelt, aber es ist nicht wirklich wahr. Ja, du smilest ja sowieso auf Level 1 insofern. Ja, ich hab heute geschaut, ich brauche ungefähr 12 Sekunden länger. Machst Musik an? Ja, was? Jo. Ich hab dann die Augen, wenn sie doch drin sind. Hör du das Lied mit? Nein, ich hab meine Musik. Okay. Hör doch das hier? Gerade im Moment? Nö. Nö. Also, nö. Hör doch. Es flackert das Licht. Dann kommt. Gott, die Mühle, rammrauschenden Bach. Tick, Tick, Tick. Das ist der Max, nur gerade einmal aus dem. Nö. Tristan hat Blubuff. Tristan hat Blubuff. What the fuck? Wieso hat Tristan hat Blubuff? Wahrscheinlich eh Gestalten anbekommen. Das ist natürlich jetzt echt gut für uns. Nein, eigentlich nicht gut für euch. Als Ansichtssache. Nein, ist es nicht. Ja. Wobei, Sin ist halt richtig delayed. Ja eben, da sinch, da kackt jetzt übelst ab. Da kackt jetzt bestimmt übelst heftig ab. Also, ich hab schon mal 200 Euro gespielt. Du brauchst den drüber richtig hoch. Ja, das eben. Mähn ich ja. Paradise shouldn't talk about it. Die sollen uns bisschen. So, musst du endlich spielen, Max. Dannstern. Schön. Schön und Zeit. Schön Musik. Ich hab's auch nicht erst. Echt? Fünf bis dann? Ich komm bohrt. Ich durfte nicht gebordet sein. Das ist auch nicht mehr... Geht rein, geht rein, geht rein. Ach, fuck. Auf, endlich auf, endlich! Randy, er, endlich, er, endlich, er. Andy kein Flash, Tristana kein Jump Tristana hat kein Flash Ach, hat sie geflasht? Jaja, direkt nach deinem Stunt Ok Top schwer? Bei 3,25 ungefähr Wie ist gewordet in dem Busch? Top schwer? Du hörst dich doch bestimmt in dein Mikro Warum musst du da dein Mikro annehmen? Geh vor den Ach so Auf any, auf any Den ganz Na ey Weg Perfekt Ich hab gleich Heal ab Also Heal, wenn ich Level Up bin Ich mach das kein Mikro, dann glaub ich mehr das Ok, warte Download ein Moment Oh, nice Warte 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 Ich gleich würde mich killen Ich, ja, 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 wüsste ich Verdammt Ja Nein, das war gar nicht so belast du bist Warum Die Eile will mich Flash killen? Ich komme an Bord Ich komme an Bord Ich komme an Bord Es ist nicht geworden, Tasta. Jetzt schafft sie dich nicht mehr, geflasht. Stand, 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 stand. Stand, 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 stand. Stand, please. Nice. Das ist mein Mann, wie Annie. Afrika vor Leif, ja. Das war ein Aspekt? Na, jetzt solltest du Back gehen auf jeden Fall. Ich muss die Leif rausbekommen. Die jumpt raus und macht dich. Ich kombat, ich kombat, ich kombat. Hab auch noch Flash-Up. Ach, verdammt. Brauchst du nicht, lass, 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 lass. Da ist da, ein Draccio Stop dabei. Ach, schon. Ich brauche Clou. Ja, dringend. Ja, Christen ist sie. Oh, Sinch bitte. Okay, Wadda? 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 Gleich? Okay, jetzt hab ich den Blue-Buff. Ja, ich mein die Creeps. War nicht ja. Hm, bis ins Löwen, Mann. Ich geh jetzt nicht weg. Annie hatte zwei gewartet bei sechs Minuten. Ich hab mein Flash noch ab. Mit Lenkheit-Flash. Tasta hat die Worte gleich, den Drive-Rush. Die hat aber dann noch ne Worte, aber ich hätte ja noch ne Vision Ward. Dann hat sie keinen mehr, also... Dann lauf ich Richtung Golems. Eventuell ein Game-Torten, dann mach ich den Blue. Den kleinen. Hätt den an. Hätt den zweimal, oder dreimal. So Tasta, ich geh die Worte. Das hier wieder ganz kurz die in Sage spielen. Finch ist Mitte und Midlane ist Back. Ich komm auch schon Bord. Bord ist die Worte. Annie geht wieder Warden. Ja, Baden, Baden, Baden. Okay. Annie, 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 Annie. Ich bin wieder Missing. Annie, nicht, nicht Tustana. Hörst du? Nein, der Fleisch war unnötig, Tasta. Annie, Annie, Annie. Nein, war er nicht. Der war richtig. Ich hab nichts gesagt deswegen. Das war meine Scheiße. Ich hab mir mein Fleisch gewastet. Annie, ich wollte euch Blue aufgeben. Achso, na dann. Ja. Ja. Warum Blue auf? Ich mach mal Blue. Ich brauch mal nach rechts. Jep. Ah fuck, jetzt hab ich dich geheilt. Seriöser Heal. Kannst du komm. Ja. Sind die Spots sind die Spots? Ja. Die können aber nicht würsten. Danke. Ah da. Was komm ich abholen? Ja. Das kommt abholen. Da brauch ich nicht so viele Maler an Regen und das zu machen. Ja. Ja. Was komm ich abholen? Kannst du dann all in machen? Kannst du dann auch mal mit dem? Ich kriege ich Mitte und Ulte Warte, ich kriege ihn noch so geolten Okay Was geworden ist, ich glaube, dass ich Ich komm mit mir doch Kannst du jetzt ulten? Traust du bestimmt nicht, Xio Äh, Taster Ja, gut job Mitte pushen Warte, lass mir die Creeps, lass mir die Creeps Ähm, Annie? Ah ne, Annie ist noch mitlenkt Wollen wir zum Stylemusik Die können wir da, denn der ist total low Und ich hab'n die F Okay, F Okay, so können wir die nicht machen Äh, zu dritt bot Ja Oh verdammt Ne, ich kann nicht, also ich kann nicht mit bot Ja, wir machen bloß die zwei Du hast'n Blue Ja, ich muss mit daraus pushen Die Annie ist tot, die Annie ist tot Ich verstehe mich gleich an Tower, wenn ich dort geh Ich hab Ult ab Was glaubt? Jetzt komm'n ich mit Jetzt komm'n ich mit Ne, ne, weg, 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 Sio Kauf ich Pokel nur Ja Aber nicht, wenn du einen Tower hat dafür gesetzt, dass du bist Mich Pokel nur Kriegst du ne, Philipp Ja Hat er da jetzt noch geötet? Ach ne, hat Out of Mana Aber Tarek ist doch an sich eigentlich ein richtig nice gem Ja Ich find'n Teamfight scheiße In Teamfight, da hat er den übelsten Da hat er hier den übelsten Attack-Damage-Buff Ja Ja, aber du, sonst spürst du nichts Ja, er hat wirklich nur INCC Missgeburtesport Das finde ich halt Kacke Ja, ich spürst du was Sein fette Dick in dein Marsch Hast du, ähm, äh, Trinket? Ich hab' keine Ahnung Jo, glaube ich, ja Ja, ich komm'n direkt sonst Jo, fast keine Gang-Dust Oh, da kommt Zinscht Ja, ich bin sonst nicht Ja Äh, Swain oben, aber hat Du Ich hab' kein Mala für Ult Äh, nee, fast tot Ich hab' jetzt Ult Ich hab' jetzt Ult Okay, dann Ja Sehr schön, sehr schön, Warte Ist tot, ist tot Jo, was? Ich bin weg von Ult Ja, hat kein Mala, da hat kein Mala Ja, ich kann auch nichts machen Ach, die sind beide mit ungefähr unterhalb 10, 100, äh, HappyBot Ja, sag' ich Niiiice, Paddy Danke Du wärst doch los dran Hm Versuchen darf ich wieder Tracking zu Solon Ja, ich hab' so Es ist nichts Darius macht Top, vielleicht Nein, ah scheiße, tut mir leid Soll ich Top gehen? Sorry Xio Ist egal Nee, den Tower krieg ich nicht Gedeft Auf top Fanny mag irgendwie Form Revoid besser Reikon Anasis Ey, nee, das ist doppelt doch als Annie auf HP Die kauft keine Wards Jep Dann kann ich hier sogar, äh Also ich versuche erstmal einen Solo-Tweck zu machen What the fuck? Oh, ich hab einen BF-Sort gekauft Nein, egal Kannst du, äh, doch Ja, nicht wenn du so, er hat ihn allein, dann gehst du direkt auf mich Ja, kannst du auch die Funden, oder? Ah, schon weg Ich bin schon allein Deswegen, ja Na ja Ja, den meint er ja, glaub ich auch Fertig, kommt er gelockt Allerdings keine Ulti 17 Sekunden bis alt Warte, mal gucken, ob man den Jump ausgebildet bekommt Geh weg da Geh weg da Geh weg da Nein, oh verdammt Dank Ich hab keinen Mann mehr von Dank gehabt Genau, okay End jetzt, die kann mich verlassen Ja, ich wollt's bloß sagen Tasta, aber unten ist frei von Mit der Flicksie Ja, aber die sind mit der Flicksie Ja, eben Aber den Tower krieg ich nicht Und das ist jetzt blöd, der hat Top-Dauer, ich bekomme erst mit der Wurst Und jetzt bist du Top und dann kriegt er mit Tower, oder? Ungünstig Ja, ich hab da so machen können Ja, ich hab da so machen können Ja, ich hab da so machen können Pro Flur, as fast as possible Boah Christina, get back scheiße ist auch das wieder aus als das da geblieben Und jetzt spielen wir das Wettbewerb, haha Oh, nice Fälsch, geht das her Habe auf zu pfeifen, man! Ah, deine Fresse, Max Musst du ihm ein bisschen direkter sagen, so verstehe das nicht Deine Fresse, Max Geh weg Das da auch tot Ungünstig Ich muss ehrlich sagen, da waren alle mitgekommen gleich zum Seifen, hätten wir den gemacht Was aber nicht heißt, dass es gut von mir war Das ist damals jedenfalls richtig behind WTF? Achso, mit deinem E hast du Red Aqua gezogen, ne? Ja Nein, du bist so ein Tier Der soll der Mana verlebt, der soll der Mana Ja, weiß ich aber Ja, aber ist, wenn jemand anderes kommt Ja, genau Richtig Irgendjemand anders macht da keine Angst, da auch mein Mana Ja, irgendjemand anders macht da keine Angst mit 300 Leben Verstehe ich Kann ich schon auch verziehen Das Jet-Fan liegt an dem neuen Team-Namen, das müsste gut spielen 13-geil Was pusht denn noch so ein bisschen? Also, pass mal bitte auf, das ist mein Tisch Das ist mein Tisch Das ist mein Tisch Ach Scheiße Ich bin nicht tot Boah, zerfall mir die Fresse Wir pushen jetzt einfach mit Richtig Hast du die ganzen Games eigentlich noch streamen, Max? Ja Sehr gut Ult Level 2 In 10 Flas Ich kann Ult flashen Okay Brauchst nicht flashen Loll Kann an den mit rein, sorry Leute Tasta tot Binibini 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 Ja okay, ja, aber vielleicht nicht Ruhr, Philipp Xero, push the bot Also mit dem Power weg Vielleicht Ohr weg Ich will schon, dass er in der Krieg durchstamm, Philipp Ich muss weg, ich weiß nicht wo die sind Ja, ich komm zum Wort Aber auf jeden Fall weiß ich Dass ich den Swain hopp gefreut hab 08 Ha? 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 Bitches? Wo war ich? Eugenic, bro Eugenic? Eugenic? Ich dachte, du bist Trauerhaut Auch am Kinn 110 Sekunden bis Break Ja, Bord Ja, Bord Ja, Bord Ja, Bord 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 Ja, 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 ja Bord, genau Stunne gleich, Stunne gleich, Warte Jetzt, jetzt Stunne ihn Also, Paddy Was denn da so ne Tenacity What the fuck? Das dachte ich mir auch gerade Nice Hat ja trotzdem ganz okay geklappt, ne? Joa Bei dir im Cluboff oder willst du was anderes machen? In dem Club Ach du hast gerade das Cluboff gehabt Achso, ja stimmt, ich hab ihn ja gerade gekriegt Ich dachte, das war nur Red Ich dachte, das war nur Red Ich dachte, das war nur Red Das tut Das ist keine Ulti mehr Ich stun, Annie Auch wenn du 10 hast, Udi Ich apply auf beiden Redbox Tristana könnte kommen Aber die geht eher weg, weil die Low ist Holy Shit Holy Monkey Dog Äh Tassa kommt Ich würde ja sagen, äh Bot Tower Danke, ja Den kriege ich sowieso alleine Könnte auch irgendwas weitermachen, was er immer macht Ich geh zum Shrek Tassa, pass auf! Tassa, pass auf! Uh, 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 uh Tassa Du kommst an die Welt Doch, kommst du Zeo, Ulti vielleicht? Warte, ich komme Nice Ja, sehr gut Nice, Zeo Ja, sehr schön Gut getroffen, der hat's geschaut Über die ganze Map fast Also, ihr habt den meiner Person Ich mach dann eben schon nur Drake Damit pusht er dich auch immer, ne? Solo Drake, ey Ja Ja, da freut er sich immer Ich mach dann den Solo Drake Ich mach jetzt gleich Solo Drake Ey Leute, kein Problem weiter für mich Kein Problem Auf Level 8 mach ich den schon Kein Problem, Udi MPNP Och, der war nice Nice Dark Binding Ich hab... es war blind Es war blind halt einfach so Vor allem das Binding hatte eine höhere Range als der Sichtradius ist Geht'n bei der Läuft bei dir Das Dark Shield, Petty Oh, oh Das hab ich gerade gesaved Ah, ich weiß schon Aber wenn du so umzingelt wirst, so Bukkake-mäßig Ah, der ist schon Kackel Bukkake Bukkake Tasta, pass auf, die kommt zu dir Tasta, Casa Tasta 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 Na gut, mach du mal Manne dich da raus Komm, manne dich raus Uh Uuuuh Damn Philipp, I need you Gabriel Gabriel Philipp Ich komme direkt zu dir, ha ha, get it, get it, get it, straight, straight, I get it, but it's not even remotely funnet. Was? Sehr schön. Ah, er hebt die Hand wieder. Dieser Wichser. Ich kann dir nicht großartig helfen, Philipp. Ich kann dir den Stun hier, den Strain. Mhm. Gott ist weg und er killt dich. Geh weg, Max, geh weg. Nice Stun, Bro. Vielleicht was? Naja, da weiß ich Thor, nie. Gib mal Vision, bitte. Gib mal her, die Scheiße. Trac... Habt du den Trac gemacht? N... Na... Fla sonen. Solo Trac? Ne, wenn er jetzt nicht gemacht ist, da mach ich's Solo. Keine Probleme leute, für mich. HaITY Also kein Problem, ... Ich finde es schön, wie Tattaich selber darüber lachen kann und wie er nicht so sagt, Ah, Mobbing! Cybermobbing! WMG, die machen sich um mich lustig! Finde ich schön, Tasta. Gefällt mir. Ich geb offensiv ins Bild Sekes Herold. Sekes? Hilfe, 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 Hilfe! Tasta Rino. Ich bin auf Sekapapapult ab. Ich zieh das ane. Hast du E? Hast du E? Hast du E? Nein, sonst würd ich's ja machen. Na, was weiß ich? Uh, nice. Ich will ja nicht angeben, aber... Aber ich hab gerade, äh, Solo äh... LOL! Das X, äh, Lesin... Sinh, 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 Sinh. Was auch immer? Joachim, Joachim, Jaa, Herbert... Nice! Oh, das war knapp. No, nicht so. Ich komm zu dir, Freddy. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Nein? Hast du dich gerade noch bewegt? Das kurft die Annie. Das kurft die Annie. Oh, Annie. Oh, der da ist. Nein, 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 nein. Halt, 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 Halt. Scheiße. Du stanzst halt nicht mal irgendwas. Achso. Hältst ein Crabdog. Der ist Diamond. Der ist Diamond. Ich hatte ja noch keinen Stun abgesehen. Ja, ja, dann sagt man das immer. Sorry, Leute. Ich kriege Enemy Blues ab. Hat einen Hyper-Carry. Kann man nicht machen. Baba, jetzt ist der Wölkest Diamond. Das wär's. Geh dann nicht. Was gehst du denn? Ah, ja, vielleicht. Push dich. Push dich. Push dich. Wie machst du den Barret? Ich dachte, ich lass mich mal catchen und will kill euch. Solo. Aber sie macht den Solo, ja. Ja, weglassen. Okay, da ist Silver 1. Bisschen, bisschen lachen noch. Ja. Ja, Silver 1. Okay. Einmal, wie ich gesagt hab. Okay. Hab'n Buff Darius. Mach's mal wieder. Definitiv. Äh, I won't save by my side. Na, damit kann ich besser spielen. Hast Solo die Cups gemacht, ne? Geh dann zum Baron? Was auf, äh, Philipp. Die machen Baron. Baronahs? Baronahs? Baronahs. Baronahs! 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 Aber können wir machen, oder? Ja, sicher doch. Ja, aber schon hat keiner. Oh. Sie machen doch Baron! Nee! Aber die haben wir halt wie nichts geschafft. Die haben mich wieder gedisst. Äh, Paddy, die Ult war nicht so... Warum hast du die Ult nicht in den anderen drin gemacht? Nein, lol! Äh, ich denke, ich krieg den Syncht. Wie hab ich Annie bekommen? Ja, Barrett. Scheiße! Dann hätte auch keiner Tenacity. Das ist eh vorgegangen. In 3 Sekunden Stunt, 2, 1, jetzt! Alter, der hat auch keine Tenacity. Also keine... Ne? Also... Feud Tenacity. Vorsicht, Max. Ah! Jetzt! We can bring it on the floor and never danced like this before, but we don't talk about it. Ja... Das Ziel kommt nur nicht vorhin. Ja? Komm, ich geh rein hier! Ihr seid 3 gegen irgendwas. Na und? Ich würde euch nie im Willen zu fighten. Na und? Ähm... Spielengash, Leute! Los hast du euch? Wann hast du euch, wann hast du euch? Wann? 25, 2 Stunt. Sinch, sinch, sinch. 2 Stunt. SINcht. Sincht, sincht, alles sincht. Stun! Lol! Lol! Gibt doch nicht, einfach inhip! Inhip 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 inhip. Und dann rot inhip. Dann noch. Darius Darius Darius. Hab jetzt ult ab. Nehm versucht alle drei. Darius Darius, die hat... Okay das war gespürt. Wie lange, wie lange ist Q? Weg, weg Philipp! War jetzt kompliziert. We can bring it on the floor, never danced like this before, we don't talk about it. Chiyo, come with me. Chiyo, come with me. Track is up. Den kann ich soloen. Wenn's nicht any tut. Ja. Jo, dann warten wir. Oh, nee, wir müssen hier rot ausdrücken, Philipp. Ich komm zu dir, Philipp. Philipp, ich komm mal, Philipp, ich komm mal. Oh lol, Philipp macht wunderbar.